Wie ist die Lehre abgeschlossen? Sie kennen das vermutlich besser unter dem Namen eidgenössische Fachausweise oder eidgenössische Diplome oder gar höhere Fachschulen. Haben Sie sich entschieden, eine Weiterbildung zu machen, dann stellt sich ja die Frage, welche. Als erstes müssen Sie sich entscheiden, möchten Sie sich in einem Berufsfeld spezialisieren oder suchen Sie eher eine betriebswirtschaftliche oder branchenorientierte generalistische Ausbildung. Ist es letzteres, dann ist für Sie die höhere Fachschule das Richtige. An der höheren Fachschule, welche drei Jahre dauert und berufsbegleitend ist, lernen Sie ein breites Spektrum an Betriebswirtschaft. Wenn Sie sich doch eher auf ein bestimmtes Berufsfeld spezialisieren möchten, also beispielsweise Buchhaltung, HR-Management, Informatik, Organisation usw., dann empfehlen wir, besuchen Sie die Vorbereitungskurse für eine eidgenössische Prüfung zum Fachausweis. Im Unterschied zu den höheren Fachschulen sind dort die Prüfungen ausgeschrieben durch die Berufsverbände. Sie gehen also gemeinsam alle in der Schweiz an eine eidgenössische Prüfung. Wir als Bildungsanbieter bieten Ihnen Vorbereitungskurse an. Normalerweise müssen Sie je nach Berufsfeld eine gewisse Anzahl Praxisjahre hinter sich haben. Die Studiengänge dauern auch sehr unterschiedlich lange, zwischen zwei Semestern bis sogar fünf Semestern, haben also recht unterschiedliche Ansprüche. Informieren Sie sich einfach entweder in unserem Bildungsbuch oder auf unserer Homepage. die Oberrede be폰 unchanged. Anblick Jones Se overst decants den zweiten movedun, nicht unvergleichen Mann rummage, On~~